Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander-Krieger-Ja und hier wieder FIFA 2v2 mit den Hupensohnen. Monsens. Mitte des Markers. Mit dem Seil. Mit dem Krisenius. Du kannst uns auch gerne die Urlaubs-Foundation nennen oder so. Wir spielen offensiv, würde ich mal sagen. Wir spielen offensiv? Ja, 5-2-2-1. Dann ist ja nicht ganz so offensiv. 4-3-3 ist, glaube ich, schon ganz gut. Ja, das Marker hat sich für die Brasilianer entschieden. Das ist korrekt. Die braune Frontschmarke, oder? Mhm. Lavizzi kommt rein. Neymar ist schon richtig bockig. Palacio. Krass. Oh, da weißt du nicht, wen du spielen lassen sollst, ey. Hulk als ZOM. Ich gebe dir einen Geheimtipp. Der spielt aber nicht bei den Kaiser Chiefs. Was ist? Rafft er nicht? Die erste Folge, die wir jemals so gemacht haben. Ja. Wo der das Marker in letzter Sekunde die Kaiser Chiefs ausgedrückt hat. Und wir hatten, ich weiß nicht, Kriser, wer hatten wir? Wir? Also, ich hatte denen das Marker im Team. Du hattest Tottenham. Geheimtipp, Teppes. Ja, das war ja davor. Ja, es steht 2-2, Freunde. Erstes Spiel haben Bimbo und Bombo gewonnen. Bimbo und Bombo. Zweites Spiel haben die Holiday Foundation gewonnen. Die Urlaubsfraktion. Ja. Kannst auch richtig ins Mikrofon spucken. Fraktion. Sehr schön. Das Mikro vom Fössl ist sowieso schon total. Die ganze Wand ist schon am Triefen. So wieder die Namen von den ganzen Spielern da im vorigen Match gebrüllt hat. Das ist quasi das Entscheidungsspiel. So, wir spielen vorne mit Messi, Aguero und Lavecci. Die können ja gar nichts. Also, ich würde mal wen anders nehmen. Montillo, Di Maria, Mascherano. Habt ihr nicht noch Christian Abreu oder so? Was haben wir? Christian Abreu? Nee. Was haben wir denn mit dem? Ja, weiß ich nicht. Wir haben Neymar. Wir haben Neymar, Alter. Wir haben Neymar, Alter. Fünf-Sterne-Skills, ey. Ja, man. Ja, dann würde ich auch mal fünf-Sterne-Skill-Moves sehen von dir. Okay. Hier so ein Elastico oder sowas. Mach ich. Ich kann passen mit dem, ja. Argentinien gegen Brasilien. Ist bereit. Ach, ich bin bereit. Ich hab jetzt die blauen Dinger da. Ja, danke. Warum passt der denn nicht schnell? Schade. Komm hier. Vorne rein. Und verrückt sie, Alter. Ja. Kann man mal versuchen. Haben wir schon mal genauso viele Schüsse wie die im kompletten letzten Spiel. Ja, da waren kommunikative Probleme. Warum? Hat dein Co-Moderator nicht mitgesprochen, nicht gesprochen was? Oh. Oh. Nein. Sehr gut. Stecken durch. Also ich hab gesteckt. Lange Ding. Alter. Warum flankst du Nutte nicht? Ich wollte gerade flanken. Du wolltest einen Scheiß. Du wolltest tricksen, Alter. Das auch. Jetzt flankt doch. Da ist doch die Flanke. Zieh ab. Ja. Alter. Jetzt vorbei. Ich hab Angst. Wolltest du echt sagen. Der ist in meinem Team. That's neatly done. Jo. Schöner Pass. Hammer. Gut. Ey. Schiri? Ja. Schiri ist da. Hm. Mit Tomaten auf den Augen. So. Unten. Ja. Unten. Gut. Mascherano. Messi oben. Boah. Guck mal. Lawezi. Messi oben. Ja. Ja. Messi oben. Das heißt oben anspielte Messi. Lawezi und Messi mit dem Kopfball. War David Lewis der Lappen da, ne? Ja. Keine Ahnung, wer den aufgestellt hat. David Lewis. Keine Chance im Kopfballduell gegen Lionel Messi. Realistisch. Ja. Auf jeden Fall. Ne Bock hast du hier? Ja. Mach ich doch. Da. Kommt er. Jetzt kannst du ihn reinlegen. Oh. Reinlegen, hab ich gesagt. Starke Ecke. Ich kann mich nicht konzentrieren. So wie der Fessel immer am rumbrillen ist, ey. Da ist es nicht. Nichts. Ist ja. Wartin. Der pölt den weg. Ah Gott. Warum spielst du da nicht auf Abseits, Alter? Die raffen das doch nicht. War der Versuch. Da war. Da unten. Schade. Hä? Schade. Schade. Mach ruhig. Alles Taco hier. Ah nur auf. Geh mit die Maria schon mal nach vorne. Ne. Brauchen wir eh nicht dahin. Oh. Geh mit die Maria schon mal nach vorne. Ich wollte den Ball unten durchstecken. Aber der wollte ihn noch hier unten durch. Messi. Du hast 99 Lauftempo. Zeig mal ein bisschen was davon. Auf den Freien. Ja. Schöner fast. Ah. Boah. Kann man mal einen auspacken. Hau Wix drauf. Wix einfach drauf. Gut. Ah. Da guckt er. Da guckt er blöd, ja. Schüsse zu Null. Maul. Maul. Oh Gott. Ja. Schön. Oben. Kaiser. Klapp drauf. Ja. Haben wir. Oh. Ist das eine Spielübersicht hier. Leck mich im Sackarsch. Im Sackarsch. Hinten drin. Hier. Schöne Ding. Drin. Oh Alter. Wie hält der Keeper denn? Montillo. Mach ihn doch. Danke. Warum gehst du jetzt aus? Mach die genauso. Messi flankt mal rein. Alter. Dreh den gleich mal mit Messi rein. Ich versuch's. Mal gegen die Lapons hier kriegen wir noch mal ein paar Ecken. Ja oh. Alter. Alles in Ordnung. Wedel mit dem Kackstift Smaki. Hammer. Romero. Oh. Oh. Hat er den Übersteiger versucht? Ah. Okay. Jetzt haben wir schon mal einen Schuss. Josef. Guck. Wie du meinst mit? Hinten. Meiß ihm Kopfballuerr schon wieder gegen David Luiz. Angel Di Maria. Angel di Maria. Oscar. Was ist das denn? Ist das Neymar? Jupp. Wir müssen noch mal Exempelstatuaien. oscar schnell gut untenrum spielt untenrum geht auch messi spielten auf dem aguer gut nix kann der weltklasse pariert raus und oben schön messi 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 nicht da wie schön ich da gespielt habe wirklich grandios war es wirklich erst mal abgeräumt um ja okay ein bisschen zu leger nein das gibt es doch nicht wie der ball fliegt die fliegt ja nicht von dieser welt berühmte flatterball kommt kommt die so wirst du noch weg machen dieses tor geprovoziert haben Neymar, Alter, bester Mann. Oh, du darfst jetzt so einen Scheiß anhören da. Neymar, Alter, bester Mann. Ja, genau. Haltzeit 1-1. Wie viele Durchschüsse haben wir denn? Vier reichen. Ein Tor. Ja. Wir sind halt echt lieber. Oh, ihr seid effektiver. Respekt. Renn weg, renn weg, renn weg. Ich war es nicht, ich war es nicht. Ich renne mit dem Messi schon mal nach vorne. Loy. Aguero. Ah, scheiße. Ja, der stand doch schon gestern im Teletik drin, der passt. Hat der Schmarki nicht, der kommt aus dem Osten. Alter. Bitte, Schmarki, bitte, Schmarki, bitte, Schmarki. Ich habe geschossen. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, was war das? Nee. Nee, Abseits. Kein Abseits. Boah, das wäre aber wieder so Zucker gewesen hier. Ja, ja. Traumkombination gewesen, aber wenn er nicht fünf Meter macht. Wenn er schon acht Jahre, Achim Abseits steht, ist alles Traum. Oh, Messi. Mann! Ja, nee, zu lauf. Ja. Achso. Achso. Aha. Ach, ein Wurf für die. Ja, das ist ein Wurf für die. Jawohl. Wie ist das? Das Marker? Das ist gespielt. Ja, das. Das ist ein Wurf für die. Nee. Boah. Romero, Alter. Oh. Was die am Träumen sind. Mhm. So, lange Dinge hier auf dem Lionel. Nee, auf dem Sergio. Was? Wieso? Wie controlern es alle? Gut. Nee. Alter. Ja, da müssen wir fair sein. Ja, genau. Alter, mir geht tatsächlich der Controller. Scheiße. Das kann doch nicht sein. Wir können leider keine Pause drücken. Du kannst Pause drücken versuchen. Oder das versuchen. Dann ist es mal klar. Anne. Ja, ich drück Pause an. Das sieht ja nichts. Müssen wir alle Pause drücken? Ja, hier, ich guck mal jetzt, ob es wieder mehr geht. Geht nicht. Na, geht doch. Jetzt geht es ja wieder aus. Alter. Hallo? Hallo? Mag er den Ball? Mann. Jetzt habe ich... Leggi, 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 Leggi. Hau ich ihn rein, oder was? Hau ihn rein. Hau ihn rein. Hau ihn rein. Lang raus. So bin ich. Ja. Oh nein, ich habe die Kamera back. Lavezi. Ja, genau. Das kann doch nur abseits sein. Ja, knapp, oder? Na, knapp. Halbwegs. Oh. Ey. Ja, danke. Was denn? Rauswerfen das Schwein. Für diese verdreckige Schwein. Renn mal, ich schieße direkt drauf. Gut. Ich bin vorne. Oh, schade. Wo passt der den denn? Mann. Gut. Ah, schöne Idee. Bäh. Alles gut. Nice. Abschluss. Nee. Hätte ja klappen können. Hammer! Ja, was macht der denn? Was macht der denn? Was macht der denn? Sondern? Unfähigkeit eurerseits, richtig. Korrekt. Läuft. Oh Gott. Boah. Das würde mich ja ankotzen, wenn ich den nicht reinmachen würde. Ja, das würde schon auch ringen. Ja. Um Meter können. Mann. Nein, zu tief, zu weit, zu lang, zu hässlich. Haben wir. Gut. Ach, stand der im Abseits. Was hol doch ab, ey. Ja, Ficke. Wenn man das wieder schon wieder sieht, wie eiskalt er sich auf der Seite stellt, dann weiß ich nicht. Mhm. Ja. Oder LaVetzi. Oder LaVetzi. Oh Gott. Oh Gott. Ja! Wer hat den verschissen? Verschissen, Jungs. War das Hulk, oder was? Ja. Kann man schon mal daneben schießen. Heißt, ich hab nicht gesehen, dass das Hulk war. Ja, der geht natürlich auf meine Kappe. Da kann man drehen und wenden, wie man will. Wir sagen, wir haben Zeit, oder? Wir haben Zeit. Ja, genau. Spiel doch Zeit. Oh, oh. Was ist das, Marker? Er rennt erst mal bis zur Auslinie da. Nein. Warum hätte das kein Tor sein können? Wird zwar hässlich wie die Nacht gewesen, aber egal. Passt ja zu euch. Jetzt aber. Elva. Elva? Ist er dir bescheuert? Vorher am Tor. Abseits. Das ist ein Später bei dem Abseits. Elva. Freuen sich beide schon. Wie die Schneekönige. Ja. Er ist drin. Fast. Na, ist gut. Oh, oh. Mache das, Marker. Mache ihn. Nein. Neymar. Dann zeige ich dir, was er kann. Oh. Oben, oben. Krieger. Ja, ist denn. Kann doch nicht sein, ey. Ja. Ist unser, ne? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Kumpel, sie noch. Ey. Danke. Das ist doch so. Das ist doch so. Ja, genau. Du spielst durch den durch. Ins Abseits. Also Abseits kriegen wir auch ordentlich. Aber ist egal. Das fragt ja nachher keiner mehr beim Sieg. Alter. Aguero. 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 Gut. Gut. Lassen wir hören. Ah. Ich habe deine. Du hast den Einsatz verpasst. Was ist da los mit den Pimmels? Ja, die Pimmeln rum. Kann man Abseits geben. Abseits. Abseits. So, der ist drin. In store. In store. Geh rein. Okay. Boah, fast. Länge hat schon fast gestimmt. Ja, das ist doch hässlich, ey. Da ist der Sieg. Das ist unverdient, ey. Sieg. 2-1, Freunde der Sonne. Ja. Sehr schön. Gucken wir mal eben kurz noch auf die Mesh-Details. Ja. Gewonnen. Ein bisschen unverdehnt. Zwei Schüsse weniger aufs Tor. Also mehr Präzision. Zwei Schüsse weniger, besser gesagt. Ja, wir sind deutlich präziser. Wir haben auch deutlich die Zweikämpfe gegen uns verloren. Aber die Fouls. Da siehst du die Verzweiflung. Ja. Und wir hatten noch eine Verletzung. Schropp, 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 schropp. Ja, gut. Ja, ja. Schropp, 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 schropp. Die Möhre, das mag er. So, wohl. Und an dieser Stelle. Bedanke ich mich beim Fössse, beim Cresigno und beim Schmaki-Bukibaki. Beim Bukaki-Schmaki. Und verabschiede mich mit einem Gutschuss. Oh, ihr Commander Krieger. Jawohl. Und jetzt packt noch die Hupen ein. Und Waldmannsdank. Und ach, und meh. Und fickt euch alle. Schussi. Vielen Dank.